Weißt du, was ich auch nicht vergessen hab? Die Nackenschelle, die du mir in Portugal damals gegeben hast! Ja, genau so. Ja, ja, ja. Komm, gib doch jetzt die Hand! Nein, gib dem Hand! Ich glaub, irgendwas hätte ich da nicht rumzulassen. Ja, deinem Bruder! Komm, ich freu mal dein Tablet auf. Digga, ich hab den Bruder nicht drauf gemacht. Ja, genau. Ich hab den... Ich hab den Bruder extra drauf gemacht. Ich meiste da die ganze Majonäse auf. Ich hab das doch extra auf die Seite gemacht. Ja, Digga, was kommt hier drauf? Wo ist Majonäse? Zeig mal! Wo ist Majonäse? Du als unparteiische Meinung. Also Versuch Nummer 3, das ist nur der letzte Versuch. Nee, ich weiß nicht, ob das, was gerade Marcel alles gesagt hat, das... Das ist so ein blöder... Ich hab extra geguckt, dass da keine Majonäse ist. Ich hab extra den Bruder... Dann bist du gegangen und Marty hat gesagt, ey, jetzt mach, jetzt mach, jetzt mach! Und dann hast du wie so ein Opfer umgedreht und noch mal... Nein, Digga, ich hab den Bruder... Ich hab den Bruder runtergenommen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die... Also, dass die Aktion von mir kam. Ich hatte noch Engelchen und Teufelchen auf der Schulter und... Martin war halt Teufelschen. Oh, jetzt gebt euch einen Kuss auf den Mund. Was ist das? Was ist das? Wie ist das dieser Luca Heide? Was ist das? Was ist das? Ja, irgendwie. Auf jeden Fall die Partys am Rollen. Ey Jubeh! Mann! Ja, knapp daneben ist leider auch vorbei. Alle die das hören, es war scheinbar das beste Verein überhaupt. Einfach geil! Also wie? Was noch? Einfach geil! Ich hab nicht zugehört. Einfach geil! Ja, ich bin ein bisschen überfordert. Wenn es dann wieder das Tee da reinschmelzen, dann stirbt jeder. Oha, das können wir am Ende machen, wenn wir dann fahren. Also wir wollen jetzt mal ein kleines soziales Experiment machen. Wir werden jetzt kein Holzmähmst Feuer reinschmeißen. Und wenn das Feuer ausgeht, schauen wir mal, wie die anderen hier reagieren. Ob sie überhaupt reagieren oder ob sie einfach nur das Licht da oben wieder aufmachen. Die Party ist nicht schon vorbei. Nein, nein, die Party fängt doch jetzt richtig an, Christian. Hilft ihr, es wird dir wieder besser gehen. Heute Peck opening. Ronaldo! I'm not angry anymore. So beautiful. Oh, wie kaka. Bissi hat Hake. Der muss mit einer Frau gehen. Oh, oh. Oh mein Gott. Jussi, ich kann's nicht glauben. Das war ein richtiger Stairdown. Ich glaube, dieser Stress hat sich nicht so gut geklärt wie der von Marcel und Nico. Hey Marcel, erklär doch nochmal, wie war das ungefähr? Aber das war halt nicht so, das war nicht so, das war nicht so. Ich glaube, was du damit sagen möchtest ist, es war... Oh nein, Noah, was ist denn mit deiner Hose passiert? Ohne Spaß, seitdem es diesen Freundeskreis gibt, sind wir einfach alle... aufgerutscht, Digga. Mahlzeit. Mahlzeit.